Bei mir gibt es heute Buletten und Paulchen ist natürlich auch dabei. So, das werde ich erstmal abwaschen. In der Zeit rot sind die Buletten und Paul ist eine blaue Stellung. Ja, die Buletten sehen ganz gut aus. Lecker, lecker. Paul erwartet, was Paulchen? Ja, guck mal hier. Genau abgewogen. So, mein Abwasch ist auch fertig. So, alles fertig. Pfanne glänzt auch wieder. Und das werde ich jetzt essen. Und das laufe des Tages. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.